hallo heute mal stern punkt verschiebung auf kindergarten niveau im prinzip geht es ja immer bloß darum wie erklärt wird was eine stern punkt verschiebung ist wie sie aber entsteht was sie verursacht und wie man sie verhindern kann wird leider gottes nicht wirklich oft einfach erklärt oder beschrieben und deswegen holen wir das jetzt mal nach habe hier ein drehstrom netz auch wenn später in der wohnung die einzelne parzelle in wechselstrom angeschlossen werde jetzt kommt aufpassen zwischen l1 und l2 habe ich immer 400 volt und zwischen der andere phase habe ich auch 400 volt also phase gegen phase außenleiter gegen außenleiter sind immer 400 volt neutralleiter gegen außenleiter 230 volt das bei allen drei erde gegen außenleiter 1 2 und 3 auch 230 volt neutralleiter gegen erde sollten müssten optimalfall 0 volt sein weil der neutralleiter wenn es im optimalfall der fall ist kein strom führen soll und auch keine spannung das sei denn er wird als rückleiter benutzt wenn er einen verbraucher passiert hat dann ist spannung drauf deswegen soll man auch nie dran fassen weil der neutralleiter ist nur spannungsfrei wenn kein verbraucher angeschlossen ist sprich spannung liegt an strom fließt aber erst wenn der stromkreis geschlossen ist solange nur hier spannung anlegt und nicht zurückfließt fließt über einen verbraucher oder über einen widerstand ist der neutralleiter 0 so und jetzt zur ursache angenommen ich tue mit einer bohrmaschine unbeabsichtigt oder auch mit irgendwas anderem meißel unbeabsichtigt oder die klemme war nicht fest unbeabsichtigt den neutralleiter abtrennen bleibt dem strom nichts anderes übrig als über l2 l3 oder l1 ab zu fließen das heißt es bildet sich durch den rückfluss von strom und spannung über eine andere art automatisch zwischen 380 und 400 volt es sind immer genau 380 volt als spannungs differenzen gibt weil das phase verschiebung von 120 grad ist und die vorgehensweise um sowas zu verhindern wenn man jetzt arbeitet weil es gibt leider gottes viele gesellen die nur durch arbeitstechnische bedingungen eine phasen verschiebung verursachen die vorgehensweise ist immer ich trenne immer zuerst die phasen ab dann kann schon mal gar keine phasen verschiebung entstehen danach trenne ich den neutralleiter ab und ganz zum schluss die erde dann führe ich meine arbeiten aus prüfe die nach gucke ob alles in ordnung ist und beim wieder anschluss gehe ich genau umgekehrt vor schließt zuerst die erde an dann den neutralleiter dann l3 l2 l1 und erst wenn der strom jetzt wieder komplett zusammen geschlossen ist schalte ich die sicherung wieder frei damit der strom und spannung wieder fließen können und anliegen soviel zum thema ständpunkt verschiebung